Ein Sack Flöhe to go, bitte! Ein Sack Flöhe Ein Sack Flöhe Ein Sack Flöhe Hört super Bleibt super in der Nähe Gut, wir haben hier auch keine Jogger und Fahrradfahrer. Das ist dann der nächste Vorteil. Hier gibt es nichts. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.